so für euch war jetzt ein tag abstand zur letzten runde sag ich mal zur ersten episode vom marathon für mich waren es jetzt zehn sekunden ungefähr 30 sekunden denn ich nehme direkt im anschluss auf und ja ich muss mir angewöhnen von der silent lobby hier rein zu joinen die meisten kennen mich zwar nicht aber sehen dass ich ihnen ihren namen habe und wenn er davor steht dann join die einfach hinterher egal ob sie den kennen oder nicht gut ich Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß auch nicht, warum ich so was mache. Ich denke, du hast keine Waffe. Ah ja, trotzdem GG. Und ich würde sagen, von der zeitlichen Dauer heißt es wieder mal. Eine zweite hinten dran hängen. Also, bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder. Ich heiße... Oha, was ein krasser Name. In Cap. So ein richtiger Raider. Ach, horrible. Duck. Okay, eine Ente. So, dann... Wir sind... Warte, welche... Ach, wie heißt die nochmal? Raid. Genau, wir sind auf Raid. Und Raiden. Da war er eh schon dran. Ich war die rettende Ente gerade. mit ein bisschen Zick-Zack. So, was brauche ich mit einem Bus-Panzer, ne? Dann hole ich mir einfach mal von dem Typen jetzt den hier. Ja, wie gesagt. Boah, hab ich gerade erschrocken. Was macht der denn da jetzt? Okay, 30 Pfeile. Drehen der Pfeil aus. Ah, mir ist dann hier. Okay. So. Da hinten kommen welche lang. Ich bin eh wieder full. Ich will irgendwann mal mit so einem Schiss ein Treffen, ey. Naja. Hab ich. Man hat's nur nicht gehört. Ich hab's rausgeschnitten. So. 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 Okay, da sind drei Leute auf einem Haufen. Naja, ich bleib. Ich bleib cool. So. Haben wir uns eingesch... Ui. So. So, wenn wir da. So. 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 Dass er immer noch auf mich geht, obwohl er Selbstprobleme hat und ihm einer hinterherläuft. Naja. Er muss wissen, was für ihn gut ist. Er ist alt genug. So, der eine ist low. Der hier aber nicht. Kämpft ihr doch erstmal gegeneinander. Komm, wie wär's damit? Kämpft ihr erstmal und ich entspanne jetzt hier ein bisschen. Immer diese Boge. Okay, dann ist der down. Da hab ich den jetzt auch nochmal getroffen. Und dann staub ich den hier ab. Und sage, Gigi, tut mir zwar leid, dass es jetzt so doof war, aber es ging halt ums Timing. Und war das jetzt, das waren jetzt zwei Runden, oder? Und ja, dann würde ich sagen, danke für Tag 2. Lasst gerne eine positive Wertung da, wenn's euch gefallen hat. Wir sind zum nächsten Tag. Tres. De Marathon de James de Survival. Also, bis dann. Haut rein.